Musik Herr Trutz hier in Nürnberg ist die europäische Fachmesse und Leitmesse für das Thema vorbeugenden Brandschutz. Also alles rundum, damit gar kein Brand entsteht. Und jeder weiß, in Deutschland gibt es immer noch oder in der Welt viel zu viele Verletzungen und auch tote Personen durch Brandschäden. Und das soll einfach hier verhindert werden. Die Ausgabe hier der Feuer Trutz hat sich entwickelt aus einem ganz kleinen Kongress. Die Nürnberg Messe, wir arbeiten zusammen mit einem Partner, dem Feuer Trutz Network in Köln, dem fachlichen Verlag dazu, der hier einen sehr, sehr großen Kongress macht mit über 1200 Teilnehmern. Musik 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 Musik